Nochmal anstoßen halt. Prost! So irgendwie so. Wir kriegen das schon hin. Zack. Moin moin. Was geht ab? Heute Ring of Elysium und Counter-Strike. Mal gucken, wie lange uns welches von beiden Games fesselt. Sieht rasiert? Ja, ich bin schon total gehypt. Mega-Hype, ey. Wo sind die Gegner? Ich hab ne Waffe. Ich hab ne AK. Und ich hab ne Desert Eagle. Oh, ich hab ne YouTube-Werbung unten. Ich hab Gas. War das sehr laut. Wahnsinn, ne? Die Gegner höre ich kaum, aber wenn du schießt, dann bist du sofort taub. Instant battle. Erstmal die gammelige Musik ausgemacht, Alter. Ja, alles. War mir auch viel zu laut. Im Kopf hat der mir richtig geschossen. Das war auf jeden Fall Homo. So tief, wie der drin war. Alter, schwer. Los, fort terrifying. Go, go. Oben rechts. Die verfolgen uns, Mann. Ey, Junge. Wird's irgendwie gestreamstript jetzt schon oder so? Nein. Im wahren Leben. Ich hab's gedacht, du willst da reinsteigen und wegfliegen. Im wahren Leben, ey. Richtiger Casual hat der in real life. Hab einen. Oh, der hat ein Geschenk verloren. Erstmal Loot-Clone hier. Oben ist Helm und Waffe. Ich hab schon alles gelootet. Ich heil mich erst mal. Weiß nicht, wie macht man nochmal das Inventar auf? Ich find, man ist in dem Spiel viel zu lahm, ey. Mal, aber was hat dagegen gehilft? Hä? Wie kann er... du... Hä, warum könntest du auch schon gut hier? Andere Spiel spielen oder willst du nicht? Hier steht ein Eisbär im ETF. Ein Glitzer an der Eisbär. Gibt's Nahkampf? Ja. War gut mit F. Kann ich hier auch eine Seite irgendwo runterfahren? Oh, jetzt sag ich, ich kann hier einfach den Krieg in den Berg hoch. Wem schießt der denn? Der vor dir, den ich gerade gekillt hab. Ist ja auch nichts, ne? Danke für den Loot. Tschüss. Boah, krass, wir haben den höchsten Berg. Schießt ihr oder schieß ich? Damen da oben, welche das Haus belagert. Ich treff die nicht, das müssen Spieler sein. Hä, der da rein. Mal machen auf den Weg. Nice. Detonate, ey. Ich komm angeschlichen. Ja, eh schon rip hier alles, oder? Oben ist einer. Hab oben genockt. Alle dort, alle tot. Weil die haben ja alles anloot hier. Boah, Spectator ist richtig nice, wie alle gleichzeitig einfach nur auf den Boden kommen, damit nichts passiert. Das ist ja. Lol. Was ist das denn? Was ist denn? Mega Trabi. Gömmeliges Behindertenauto, Mann. Boah, soll man mit der Bahn fahren? Oh, geht das? Die streikt doch. Ja, sinds drin. Ich wacke, bitte nicht hinsetzen. Die Arme bitte in der Gondel lassen. Bisschen wie Moogle World. Was soll das? Warum baut man denn sowas ein? Na, wer hat alles nen Kleider? Na toll, er ist echt ausgestiegen. Geil. Ich finde aber auch sehr schön oben links diese Anzeige mit Morning, 5 Grad. Also, finde ich super. Das sind die wichtigen Informationen, die ich brauch für so'n Spiel. Ja, das sind so Kleinigkeiten halt, damit du dich richtig ins Spiel hineinversetzen kannst. Wie so'n scheiß Rollenspieler. Bleib am Leben, Perla. Ja, die sind ausgestiegen, die sind ausgestiegen. Yo. Deine ist da direkt unter der Treppe beim Perla. Gibt der noch? Ne, der lässt schon Ripp nach. Na. Der kann einfach aus dem, schießend aus dem Monster-Flocker zu tun. Einen hab ich genockt. Einen hab ich genockt. Ah, von wo denn? Ach, oben auf dem Dach. The fuck. Hab ihn gekillt. Noch einen genockt. Noch einen genockt. Komm ich mal resten. Alle vier gekillt. In 90 Sekunden könnte er evakuieren. Geil. Spiel einfach hin oder was? Ne, der letzte verkackt. Der letzte bleibt da, ne? Leg die ab, alle. Du hast mich fast überfahren, Alter. Alles kalkuliert. Leg die ab, Alter. Da muss ich einfach mit dem Monster Truck durchziehen. Der Heli kommt, da kommt. Jetzt kommt der Rescue Heli. Da müssen wir hin. Uh. Jetzt wird's, jetzt wird's kritisch. Ja, wir müssen auch gucken, dass die nicht vor uns da reinkommen, ne? Also... Naja, ich move in die Richtung und knall alles ab, was da reinkriegt. Und Mala, wenn du noch einen Platz frei ist, ne? Dann wird der stärkste überleben, ne? Also... Keine Rücksicht auf dich. Sieh durch. Zieh durch einfach. Er versucht. Boah, Alter. Als ob der Heli über mir ist. Als wenn ich im Heli schon bin, hört sich das an. Bitte? Er zieht durch. Er zieht einfach durch, Junge. Da ist er. Ja, ich hätte auch noch handeln können. Aber ich ziehe auch durch. Jawoll. Jawoll, Männer. Ja. Jetzt hätte ich... Sauber. Nice, Mann. Wir sind die Besten. Eben einmal Spielwechsel. Danger Zone. Ich hab euch beiden einen Invite geschickt. Jo. Du bist schon am Start. Beide am Start. Go. Boah. Aua. Ne. Ich hab schon mal ne Glocke. Hab einen gekillt. Noch einer. Ja. Ich hab keine Mühe mehr. Der ist low. Ich hab auch keine mehr. Ist das die Autosnipe? Fembleh. Ja, das ist die Autosnipe. Oh shit. Und die hatten vier Schuss. Is dead. Is dead. I see den. Dead. Nice. Erste Game und direkt, Alter. Das macht mir Spaß. Bam. Ja, Boys. Habt ihr Bock mit mir zur Rescue Zone zu gehen? Hier hinten ist völlig Schießerei. Au. Jaau. Ja, war nix mit Rescue Zone. Welcome to the danger zone. Also hier vor uns ist noch mehr. Also wir müssen auf jeden Fall noch weiter. Ich seh hier mit meinem... Hier ist direkt einer. Hab ihn. Wenn wir mal eben drohen. Hab ihn. GG. Nice. Ey, zwei Wins. So viel hab ich im PUBG schon lange nicht mehr gehabt. Und Kills heute sogar. Kills. Das hab ich im PUBG noch länger nicht mehr gehabt. Unten im Bunker sind welche. Wo unten sagst du? Naja, Chipper. Pass auf. Nice. Nur noch vier Gegner. Aber wurde gerade Special droppt. Wir müssen mal gucken, wo der landet. Lass mal hingehen. Hinter dir. Alter. Ich hab ja geholfen. Ich hatte nämlich nur noch zwei Schuss. Pass auf. Ihr war und wurde bestellt. Ihr war und wurde bestellt. Wie sich das dann anhört, ne. Beste Korte. Hier ist ein Gegner. Direkt bei dir. Alter, er kommt einfach aus dem Keller. Ah moin, was macht ihr denn hier? Wenn ihr schon mal da seid, könnt ihr ein Abo da lassen. Und falls dir das Video gefallen hat, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Wünsche euch was. Boah, geile Schokolade.